Hallo und Herzlich willkommen zu einem weiteren paar Terraria mittlerweile die 37. schon mit dem 2 wo ich hier oben ich bin nur 37. Folge haben die komische die Pflanzenkönigin schon besiegt und nicht nur waren definitiv mehr fokussiert aber auch keine schöne Stadt oder zumindest kein schönes Haus das ist jetzt immer muss man auch ich habe ein schönes Haus gemacht extra vier stunden hingesetzt auf dem Server beim letzten Part schönes Haus, aber schönes Stadt ist zu debattiert mit ein paar Steinreisen da links äh, äh, was wollen wir jetzt machen? Piraten, ne? Ach ja äh, die, warte mal, warte mal, die kommen doch, die kommen doch zum Tag anfang, mo mhm, unabhängig von der Zeit ach ja, stimmt ja stimmt ja er wived komm, erstmal, eins nach dem anderen fuck, jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte was denn? ich würde dir ja ein Herzkristall geben, aber das habe ich dann selbst benutzt ahhhh super denkst mal grad zu 280 oh, scheiße ja, warum, wie warst du? 450 ne, so weit sind wir ja nicht wie viel? ollie, du kannst einfach mit der Maus auf mich zeigen, da steht das 320, auch du Arsch, noch du deswegen sage ich ja, ich habe vergessen, ich wollte dir eigentlich den Herzkristall geben oh, doch vergesse ja, dafür wirst du heute beim Minecraft büßen wenn ich da ohne dich aufnehme aha boah, wie schlimm, dann nehme ich auch eine ohne dich auf das ist dann deine Bestrafung Das ist mir schweißiare ich kann ey, ich hatte schonmal ne, ähh, Minecraft Season schon zweier alleine gemacht, also, ich bitte dich da angefangen? immer immer hexet und immer Hardcore, bloß bei Hardcore ist es ja so, dass dann nach der Welt gelöscht wird, weil ich das nicht zum Endlos-Projekt machen wollte. Oh, das stimmt. Der voll schwach, den Piraten, Alter. Ich hab nicht viel Stärke in Erinnerung. Ja, damals waren wir noch nicht so gut ausgerüstet und da kamen die einfach so. Und tschüss. Oh, Oli, wie weit nach rechts willst du eigentlich noch gehen? Ich laufe denen entgegen. Oh, der, weil ich brenne. Was? Du brennst? Flo ist Feuer und Flamme? Da war ein Vogel! Ich war gerade ein Käpt'n, der 2000 Leben, Alter. Ja, da Käpt'n, die sind ein bisschen tricky. Da ist ein Vogel! Da sind auch nur Tanks. Ja, ich hab'n Papagei getötet. Oh, Pony wie ein Keks! Wow. Oh, Pony wie ein Keks! Von den Typen nicht voll das Gold Zeugs für die Häuser? Ja, ja. Aber gut zu meinem Haus passen. Wow, Flo hat mich gerade erschossen. Wow, ich wurde gerade aufgespiecht. Pony wie ein Keks! Da war massakriert. Ich will ja nix sagen, aber der Papagei ist gerade zu mir hergekommen und hat mir den Kopf abgebisst. Ziemlich. Das heißt ja auch nix. Also heißt es nicht immer, Pony will n' Keks, sondern, äh, Pony will n' Kopf? Ja. Wow, Pony will n' Kopf abbeißen! Pony ist nicht diskriminierend, die beißt jeden Kopf ab. Ah, von wem. Pony hat bloß kein Gehirn gegessen. Turt wurde geschlagen. Was? Oh, der Arme. Ich hab' gehört, aber der hört sich ja wie Turt. Ja, es klingt mega. Keiner. Ich hab' so'n Schale. Liegt da überall durch, sagt der, und starb fast. Ich mein' Zaubererkumpel. Meine Ischus, äh, meine Ischukugeln haben mir die gleiche Wirkung wie dein Stab. Ja, aber sie gehen nicht durch die Leute durch. Äh, und ich hab' davon nicht unendlich. Ich auch nicht. Lol. Ich hab' voll am Ziel, weil ich normaler Tränke kaufen kann mit dem Zerr. Ich renne hier einfach durch. Jetzt haben wir so ne schöne Gold-Farmerei hier. Ah. Warum? Ich hab' bis jetzt schon... Gold-Farmen sind die größeren Bastel-Better. Ich hab' jetzt schon wieder 14 Gold, Junge. Ich komm' von links noch, Leute. Will den Piraten-Captain noch töten? Nein! Ja! Oh, da hat er ne Kanone. Jaaa. Dein Crossbow. Na, Polly, willst du mal ein paar Kugeln ins Gesicht haben? Egal. Hm, Polly will Kugeln ins Gesicht. Hm. Polly will am Arsch deiner Mama knammern. Mhm. Und ich wünschte, der scheiß Piraten-Captain würde den Knockback nehmen. Lol. Good Job. Komm, der gerade nicht greift an, stirbt. Jaaa. Das ist mein' Geld? Mein' Geld. Kommt zwar nachher hin in die gemeinsame Kiste, aber fürs Erste ist mein' Geld. Oh, Möbelstücke trocken ist. Das war'n guter Schuss. Ich hab'n Goldbett bekommen und'n goldenen Drescher. Kannst du mit jemandem verdreschen, oder was? Ich glaub'n, das ist ja'n Drescher, aber ja. Sascha, ich hab' dir ne Kerze aufgestellt auf deinem Tisch. Danke. Du hast irgendwo Grazer. So ein Sinn dafür auf mich zuzurennen und direkt vor mir zu sterben. Ja, ich glaub' ja, du bringst mich um. Nee. Aber du tötest keine Menschen. Nee, wir töten Piraten. Arrrr. Arrrr. Ach, scheiße, die können ja auch schießen, ganz vergessen. Ja. Hey, wir haben die Piraten besiegt, schön. Toll, das hat man letzten Port-Under machen können. Ja, mir ist jetzt auch aufgefallen, das war nicht so lang. Ja, dafür hört's gleich nacht, da können wir ja wieder die Augen schräg schräg den Wurm machen. Und dann haben wir noch nen Kopf auch, dann können wir auch noch den hässlichen Typen umbringen. Sammel doch mal das Geld ein, was dir noch liegt, Kollege. Hab' ich. Nee, hast du nicht. Das Geld, was bei mir lag. Was bei euch liegt, ist mir egal. Du bist mir egal. Du bist mir egal. Du bist mir egal. Das ist ne Papa, gell. Okay. Okay. Ah. Ich kann grad nix machen. Warum? Alter. Alter. Ey, das... Oh, nee. Das musst du dir mal angucken, dann, wenn die siebentäuschte Folge rauskommt. Ich hab drei goldene Betten. Wer hat noch von euch eins? Kannst bei mir jetzt ins Haus stellen, ja. Äh, die Frage ist, bis wo? Du hast ja nicht mal ein Bett in deinem und da nimm dein Bett selber. Sascha! Ja? Äh, wo pack' ich das? Na ja. Okay. Der Ofen muss reichen. Ja. Ich hab' ein Bett. Hast du eigentlich die Seelen des Augens hingegeben, Oli? Die hab' ich wieder in die Kiste hingepackt. Ja. Ey, Ruin, I do my trainers. Ah, nee. Bede, 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 bis es nacht ist, machen wir mal Vorbereitung und dann wird wieder gekämpft. Absolut niemand mehr. Wired but golden chair. Nein, die kannst du auch stellen. Oh mein Gott. Eine Mini-Meer-Verkatzkuppe. Jetzt habe ich Sportsohosen. Ja. Dann noch einen Clothier und einen Merchant. Und zwei Banner. Zack. Ah, Schlampe. Die arme Schlampe. Du kriegst noch was. Du kriegst das? Hey, ich hab doch die Schlampe ist wieder da. Was ist denn das? Was ist denn eine bathtub? Bathtub. Ist das ein Hut? Badewanne. Anzuft. Oh, muss ich jetzt meinen Stuhl abbauen? Uh. Wenn du jetzt gerade herausfinden würdest, welche Kiste hast du gemeint? Geil. Na, welche denn wohl? Welche Kiste meine ich denn wohl? Weil sowas wichtig, hä? Ich hab alle Kiste durchgeschaut hier. Ich weiß nicht welche. Hm. Hier unten unter der Ecke da liegen sie in der Einsicht. Ich weiß nicht, wo du meinst. Oh man, ganz weg weg von den anderen Items. Ja, weil das ein besonderes Item ist, du voll Spacko. Hört sich nicht immer beschimpft. Hat er verdient. Dumme Sau. Du bist ne dumme Sau. Das ist ein Arschloch. Die Nuss kommt zu mir. Du stirbst grad. Niemals. So, wir haben Nacht. Wollen wir jetzt... Was würdest du jetzt machen? Wird es jetzt nochmal die Augen machen oder lieber nochmal den Wurm? Ich meine, das sind sehr, sehr schöne Ports, die wir... Den Kopf machen wir doch noch. Den Kopf? Welchen Kopf? Elektron, prime. Die schaffen wir doch jetzt noch nicht. Sicher. Die können es versuchen, wenn du willst. Dann mach aber hin und weiss. Wird grad... Ist grad Nacht geworden. Ja, hab ich schon. Nachtwärts. Da haben sicher noch Köpfe rumliegen. Irgendwo. Naja, Sascha hat noch ne... Ne... Ne Skeletron-Maske. Ja, ne, das ist nicht... Hier ist denn doch nur sortiert, wer hat. Ja. Ja, hier hat er nur 6, 10 in der Nacht. Nachtwärts. 6, 10? Ja, wenn das das was wird, mach mal einfach die Würmer, oder? Na, wir müssten nur noch irgendwo machen. Bist du ja nicht mehrere Würmer machen, wenn jeder die gleiche Rüstung haben will. Ja klar, jeder kriegt tolle, da gibt's kein debattieren drüber. Da ist halt noch ne Weile. Weil die Sachen gefrommt haben. Gefrommt. Sascha, mach die Tür wieder auf. Niemals. Komm nicht richtig raus durch. Ich mach auf. Ey, ich bin... Ich bin das Hauptziel von dem Spaß. Die muss mich verzauern. Das hat man am Leben. Also ich... Also ich hang jetzt schon mal sehr lange da. Das fand ich nicht schlecht. Ja, genau. Spast. Sporencamper. Sporencamper. Hm. So, Sporen zu bei dir zu Hause. Sporen. Er spielt Spor. Sporkamp. Oh, Mann. Spor ist kacke. Spor ist kacke. Der Anfang ist nicht schlecht. Aber sonst nischt. An sich ist das Spiel dann... Das wird Sporen so ein übelst kacke. Iiiiih... Au. Heilung. Ich kann mich nicht... Tatsache, denn nach uns Sporen nimmt man keinen Schaden. Äh... Daher... Sporen kann man nicht... Flo, ich meine... Ich meine... Wenn man... Dich tötet, dann nimmst du auch keinen Schaden. Danach. Nach uns Sporen habe ich gesagt. Der... Auf weg, Vorsicht. Stopp. Da schon bist du fokussiert. Da schon, bist du in der Schlaufe gefangen. Nein. Stirb. Und tot. Meine Herzen. Destroyer. Du destroyer ist destroyed. Ist das normal? Zum siebten Mal. Oh, Mann, normal. Ich habe es nicht gesehen. Hör, oder? Der Typ war jetzt schnelldacht. Normalerweise lässt er sich mehr Zeit. Ah, das ist ein guter Winkel. Ich bin gleich tot. Heilig, heilig, bitte, 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 bitte. Alter, wie die ganzen fetten Kugeln aus ihm rausploppen. Willst du auch mal ploppen? Oh, da sind die Kugeln. Sonden. Die Analsonde. Hm. Junge. Ja. Wahnsinn. Stopp. Ja, wir sind ja auch nicht bei Sausborg. Ja, genau. Stell dich direkt in mein Bett, Armleuchter. Ja, genau. Alter, du kannst dich gerade übelst auftreffen. Weil ich hier übelst verkeilt habe. Ich habe gerade so übelst verkeilt. Ja, da ist er bei mir aus. Heilig. Silber. Hier, du dir. Hopp, da ist er. Stellt euch auf Sausdach. Das trifft euch gerade nicht. Hopp, der hat eine Schlaufe gemacht. Der hat eine Schlaufe gemacht. Ah, er zieht sich schlaufe enger. Das schaut aus wie er Brezenfuss. Goll. Hm, Brezel. Er kriegt mal Hunger. Ich mag auch, dass die Salzigen. Ich glaube, das ist ein Schlaufe, das ist ein Schlaufe, das ist ein Schlaufe. Der war noch dauernd, der verkündet. Wir haben jetzt noch... Er hat noch 17.000, loskommt, mach den er. Ah, der fokussiert mich. 10.000. Der Geist hat uns gerade getötet, Alter. Was für ein Geist. Da war so ein scheiß Geist. Okay, ich sterbe. Ja, das war ein Tor gegen so eine scheiß Kugel. Hopp, wo ist er... Ja, haben wir die Atomsauf gesammelt? Eigentlich müssten sie direkt auf einem von uns gespawnt sein. Ich hab 17 Holobars und 36 Seelen der Macht. Wie viele Holobars hast du? Sieb... Holobars. 10. WTF, Leck? Okay. Ja, ich hab's mal auch gar gedacht. Äh... Wie viel braucht man? Ich glaube, 58 war und so. Ja, geht sich noch nicht aus. Das ist der Geist, der dich voll gefütet hat. Oh nein, gut. Deswegen bin ich jetzt auf Schnellstapeln gekommen. Die Kiste ist voll. Das war dann nicht Schnellstapeln, sondern alles ablegen. Ja. Ach, scheiß drauf. Wenn man das macht, kann man die Augen machen und dann kann man dir auch noch eine fette Rüstung bauen, weil ich glaube, mehr brauchen wir nicht mehr. Und du? Also einmal Augen. Ich glaube, 58 war ein Moment, das reicht, glaube ich, oder? Wollen wir mal kurz schauen. Äh, 12. 24 sind 36, plus 18. 54, glaube ich. Ich bin gerade noch am gucken, was ich hier noch schönes rauswischen kann. Äh, Musketenkugeln brauchen wir nicht. Sterne ohne, bla 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 bla. Was war noch meins? Ach, machen wir noch einmal das Auge und dann kriegst du auch deine fette Rüstung. Ach, du hast wohl jetzt schon eine fette Rüstung, oder was? Warum überhaupt noch einmal das Auge? Äh, die Augen, meine ich jetzt. Ja, aus. Ja, aber dazu muss man es wieder nachtmachen. Aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Na, da machst du jetzt, da machst du es zum Beispiel nacht, da machen wir noch immer die Augen. Und danach beenden wir den Port mit diesen viel zu viel Action geladenen. Okay. Das ist kein... Niki... 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 er ist immer horizontal mit uns, wir sollten uns vielleicht auf eine erhöhte Position begeben oh aufs Seil hängen der trifft dich überhaupt nicht der ist echter Pionier, ne? wo ist er denn? oh da ist er ok meine issues und alle alter, du warst grad die ganze Zeit so scheiße brav und jetzt auf einmal musst du mich anspringen ja weil Sascha gestorben ist oh Gott warum müssen die Beruhigungsschaden machen wenigstens waren sie vermacht oh der andere mit Fernkampf ist jetzt im Fernkampf im zweiten Modus da macht er ultra viel Laser ich will noch den fokussieren, der schon gewandelt ist ok ja da hat er noch 5000 kommst du mal her Oli? nö einfach nur nö ok wenn du was willst kannst du genau ich finde es halt, dass die Arena hier drüben bisschen blöd ist die Häuser überall sind deine Geister nicht drauf gehören nein ja tot heilung zurück ins Action man die scheiß Wolken alter ich sterbe gleich ich sterbe gleich ich sterbe gleich das ist eigentlich mein Cursor außerhalb vom Fenster der erste ist tot und ich bin jetzt auch tot ja dann Attacke auf den äh den zweiten heute ist nichts was ist ich jetzt sagen ne auf das Seil der Schachter kommt zurück ich komme Hilfe her nach da unten einfach drauf, Ball an das geht schon ich hab aus Versehen gewechselt da hab ich auf die Leiste gekommen bin Alter was hat der für nen Aim-Bot komm wechsel zu deiner zweiten Phase danke ich sprühe einfach mal die ganze Zeit hier rüber und hoffe dass sie mal zu mir kommt ok oh Gott entweder war das grad ein Lack oder was war grad los ja nein weil der hat zur anderen Seite geguckt der hat mich trotzdem getroffen mit seinem Sprühangriff mit seiner Sprühwurst ich hab kurz bei dir geleckt Junge kannst du jetzt mal danke Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott ich gehe mal weiter Oh 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 Leben Kuhn Wer ist raus, geht's okay? Ah, da war so ne Scherzrüstung hinter mir Nein, Oli Weg ist er Naja, der ist noch da Er ist noch da? Ja Oh, das war Glück, der ist nämlich grad voll schnell nach links weggeschossen, wenn er sie spawnen wollte Ich hasse sein Feuer Oh man, oh man Du mal so, ich hab keine Issue-Kugeln mehr, aber Alter, konzentrierte sich grad nur auf mich, oder was? Eigentlich müsste er sich voll auf Sascha konzentrieren, aber schau mal Hier und da Sascha kommt rein Und so Clown All das Zeug Na, gib mal Oli die Hollow-Bahn, dann soll sich das glaub ich ausgehen Jetzt kannst du dich für ein Zoom machen Die machen sich doch Elbe doch auf Äh, ich hab jetzt Reichen 64 Hollow-Bahn Easy 64, ja, wir brauchen glaube ich 54 Gesegnete Maske, gesegneter Helm, gesegneter Kopfschutz Magischer Schaden hast du Äh, Fernkampf Schaden, genau Äh, das kriegt der Frosch Ah, danke Ich brauche in den und vor noch Seelen Seelen des Lichts und Seelen der Dunkelheit Für was? Für Zeug Na was? Den und vor brauchen wir's glaub ich noch für Skeletron Für Zeug? Was für Zeug? Für Skeletron Und für diverse Items Wenn du Zeug sagst, dann heißt es nicht nur für Skeletron Also was noch? Sprich's aus, los Hab ich doch Nein, nicht nur Skeletron Du hast noch was anderes im Blickfeld, das weiss ich Ich hab was anderes auch gesagt Was denn? Diverse Items, die wir brauchen Das ist aber keine spezielle Anlage, du hast noch irgendwas anderes vor Flo Ich kenn dich Rede Junge Du hast noch mitbekommen, oder? Ach, hast du eine geholt? Ja, ich hab ne Harfe Und ich hab auch die Seelen der Einsicht Ich brauche nur die anderen Seelen Aber ich mein, wir brauchen die anderen Seelen sowieso für alles Wir brauchen sie für Flügel Wir brauchen sie für Skeletron Wir brauchen sie für die Harfe Warum für Flügel? Ich will, ich will die äh Für die Spitzhacke Ich will die Harpio Flügel haben Ja, viel Spaß beim Farben Wenn das halt die letzte ist, dann könnte man ja ein bisschen Farming off-screen machen Wollt man nicht noch Minecraft aufnehmen? Ja, nicht heute, aber ich mein, das Prinzip wäre zwischen jetzt und den nächsten Parten Ich kann, ich kann den nächsten mal formen gehen Dann kann ich ein paar Giant Harpio Federn formen Das ist für mich kein Problem, wenn ich mich mal am Tag hinsetze Du brauchst nicht mal ein paar Ich mein, ich... Ich würde nämlich auch gern ein paar Seelen farm Aus besagten Gründen Flo, wenn ich hier springe, sieht man meine Hose nicht Oder so gut wie nicht Sieht aus, als ob ich keine... Du hast noch ein paar Accessoires Ja... Hier Das ist nur von der Accessoire über der Hose Das ist ganz normale Hose Und mein Handy... Mein Handy... Bei mir hat man's grad knacken gehört Knitten, knacken, knastern Und damit beenden wir den Hose Ist die Hose schwarz? Also, so wie eingefärbt Nein, das ist die Piratenhose Das ist die Piratenhose Das ist die Piratenhose Das ist die Piratenhose Bis dann, wir farm ein bisschen Tschüss 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 Und dann Regenmantel sieht trotzdem aus wie so ein Schlafanzug Das ist die Piratenhose Inhorszen Und dann eine